Moin Leute, hier zurück bei Prince of Persia. Wir haben jetzt hier gegen Ashada, oder wie das Schlangding heißt, gekämpft. Und jetzt geht's weiter und zwar mit die Himmelswächter Bergkraf. Da haben wir vier Stück, wo wir hinterher müssen hier. Kann ich da irgendwie rüber gehen? Nee, kann ich nicht. Mir fehlt auch immer noch der Doppelsprung. Also hier sind wir jetzt unten, ja. Und da sind die... Äh... Äh... Beschwöre Satevis, Wächter des Südens. Dann haben wir ganz da hinten noch einen. Dann haben wir hier oben noch einen. Und da haben wir noch einen. Also das ist auf jeden Fall ein langer Weg. So, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wie gesagt, mir fehlt auch der Doppelsprung. Sonst komme ich bei einigen Passagen nicht weiter. Ach, hier ist die Kiste. Okay. Ups. Wertgegenstand erhalten. Blume des Sommerbaums. Ja, meine Gesundheit wird erhöht. Das ist schon mal gut. Aber muss dazu gesagt, hier, ich bin auf ultraleicht. Ich habe alles auf ultraleicht gestellt, damit ich vorankomme. Sonst komme ich nämlich nicht voran. Ich habe mich kein Bock, bei den Bossfights die drei Stunden lang rumzupimmeln. Deswegen, äh, habe ich jetzt gesagt, komm. Äh, los geht's auf easy. Man kann auch jederzeit wieder umstellen. Also von daher, kein Problem. Okay. Wat nu? Und mehr ist nicht, oder was? Toll. Ich brauche Doppelsprung. Wo kriege ich das? Ich habe es, hatte wir es gesehen. Drei weiterer Fehler vergießen. Blut. Im besten Fall. Ein Moment. Auf ewig verändert. Eine Ziegenburg-Feder. Ah. Na los. Nimm sie. Das Ende. Willkommen. Endlich. Ewige. Glückseligkeit. Erfolg. Wird erwartet. Kleiner Mensch. Hä? Hä? Da habe ich mir auch gedacht. So, hier ist immer eine Feder. Ah, da. Das ist mein Doppelsprung, ich glaube schon. Jetzt komme ich hier nämlich gar nicht mehr raus. Ja, Kraftflügel. Aha. Er ermöglicht es, Sagon zu springen, während er in der Luft ist. Drücke. Ja, siehst du, da habe ich das Ding. Das Ding brauchte ich nämlich, sonst hätte ich irgendein... Ja, da ist eine Tür auf. Okay. Ja, nice. Genau das wollte ich haben. Danke. Guck mal, jetzt komme ich hier auch weiter, weil es gibt noch ganz viele Sachen, die man hier erledigen kann. Äh, 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 äh. Nein, das ist ja ungewöhnlich hier. Ja, auf den letzten Weg. Okay, wollte gerade sagen, ich wollte gerade wieder rummeckern über das Spiel hier, weil verarschen lassen kann ich mir alleine. Äh, ist der hier oben hoch, oder was? Nee, was hoch? Hä? Hä, wie soll ich da jetzt hochkommen? Na, warte mal, hä? Aha. Krass. Du schon wieder. Du hattest recht. Asdaha hat mir einen Weg gezeigt, Rassan zu retten. Ihre bösen Taten kennen keine Grenzen. Und eine von ihnen ist unverzeihlich. Eine Geschichte, an die ich mich lieber nicht erinnern will. Unter uns gesagt, hielt ich dich für einen Narren. Aber, ich lag falsch. Beides kann stehen. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Wie lautet dein Name? Nenn mich... Alcara. Ich danke dir, Alcara. Äh, wer es mir im Endeffekt wirklich ist, wissen wir ja noch nicht. Ich sagte, mein Name ist Alcara. Hast du mich nicht ver... Doch, hab ich. Hehe. Alter, das ist krass mit dem Doppelsprung. Jetzt muss ich erst mal wieder dran gewöhnen. Das Problem bei diesem Spiel ist, man hat mir dabei so viele Sachen, die man hat mit springen und teleportieren und hier Zeit anhalten und was weiß ich was alles. Da musst du so viel machen, dass du auch umso gar nicht mehr weißt, was du drücken sollst. So, Sammelgegenstand erhalten. Objekt aus Asterhas versteckt. Eine verschmolzene Sammlung von wertvollen Juwelen und Andenken. Macht die Aster da überhaupt Gedanken über ihre Opfer oder deren Erinnerungen? Ja. 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 Das war ja nicht wichtig. Hehe. Ich muss erst mal gucken, wo ich hier hin muss, Alter. Achso, warte mal. Ich bin doch doof. Fäng ich hier durch den Sand durch? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, es muss weiter nach oben, wa? Das ist ja mies. Da muss ich auf jeden Fall nicht lang. Oh, das ist ja anstrengend, Alter. Ich muss mich gerade hier voll konzentrieren. Wo bin ich denn da, Alter? Da muss ich ganz da oben hin, ey. Alter. Das ist ja anstrengend. Okay, das schaffe ich so nicht. Hm. Nicht so geil, wie ich dachte eigentlich. Nein. Das war in der falsche Richtung. Das war komplett falsch. Das geht weiter hoch. Okay, dann gehe ich mal hier rauf. Worum geht denn das? Weil es aufhört zu schweben nach oben, muss ich mal irgendwo anders hin. Glaube ich. Ah. Ich bin jetzt ganz unten, ey. Oh, nö. Das dauert jetzt ein bisschen. Der Fahrstuhl läuft. Mal gucken, wie lange. Hä? Bewegt mich gar nicht. Warte, die anderen Sachen bewegen sich, nicht ich. Kann das sein? Das ist ja voll die optische Täuschung. Alter, wie komme ich jetzt hier weiter? Junge, junge, junge. Wie hoch kann ich springen? So hoch? Okay. Das wäre noch nicht. Hä? Ey, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Keine Ahnung, Leute. Bin ich wieder am Anfang? Was? Ich bin wieder ganz unten. Ja, kill mich mal, ey. Ganz ehrlich. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier lang muss, Alter. Hä? Hä? Also, ich muss immer weiter nach oben. Ja, schön. Irgendwie. Aber irgendwie kommt auch nichts gerade, was mich hier irgendwie hoffen lässt, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Hä? Ey, ich schieße mich da ab, ey. Alter, ich weiß jetzt nicht, wo ich leider kommen muss hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich weiterkommen muss. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen, Alter? Hä? Ja, die Dinger fallen hier runter und so, ja, super Sache. Aber ich habe hier keine Chance irgendwie... Irgendwas zu kriegen hier, wo ich hier wirklich weiterkomme, also hier ist ja dann der nächste Stein ist ja dann weiß ich wo, ey. Der kommt hier ja gar nicht. Also, ich muss auf jeden Fall irgendeinen Stein finden, wo ich weiterkomme, aber aktuell komme ich ja nirgendwo weiter hier. Hä? Oh, muss ich die Aufnahme gleich wieder unterbrechen, ja? Da will ich schon kommen, wenn ich weiß, wie ich hier weiterkomme. Ach Mann, ey, leck mich doch. Ja, der nefft mich auch da hier. Ganz ehrlich, wie soll ich denn hier weiterkommen? Guck mal, da ist ja gar kein... Da ist nix, da kommt nix. Hä? Ja, leck mich. Hä? Wie soll ich hier weiterkommen, Alter? Hier ist nix zum Raubspringen. Da ist nix. Da ist, da ist gar nix. Da kommt nix, wo ich weiterkomme. Da kommt gar nix. Dann soll ich nicht rumnerven, da. Hä? Guck mal, ich komm hier gar nicht weiter. Hier, guck mal. Hä? Ach, nein. Du, nee, du. Nee, du. Nee, du. Warte, ich muss mal eben selber gucken, was hier weitergeht, Alter. Ich weiß gar nicht, wo nachher ich bin. Ich bin gerade mega hart genervt. Deswegen muss ich meinen kurz hier unterbrechen und... Oder was? Was ich? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ich kann hier nicht irgendwie im Sand rumsliden oder so. Weißt du, dass ich hier irgendwie im Sand hochkomme. Ach, vielleicht doch hier irgendwo. Nee, da auch nicht. Weil... Hier muss da irgendwie eine Möglichkeit geben. Guck mal, jetzt geht's hier nicht weiter, weil hier kein Stein ist. Was soll ich denn da machen, Alter? Jetzt geh ich aber wieder weiter nach unten. Hä? Was ist das denn für ein Blödsinn? Was ist das für ein Blödsinn, Alter? Ach, ich komm hier nicht wieder raus. Warte mal. Ja, sorry dafür. Aber was soll ich machen, ey? Das soll ich machen. Irgendwas mache ich da falsch. Irgendwas mache ich da falsch. Ich guck mal eben, ob ich da was finde. Ich guck mal. Untertitelung. BR 2018 Ich muss selber mal eben was gucken, tut mir leid. Jetzt ist eine kleine Gedankenpause gerade. Also ich musste echt einfach irgendwie hochspringen, aber das ist halt das Problem. Musik Das ist schon richtig mies. Um hier rauszukommen, muss ich jetzt hier drei Jahre lang rumtouren, um hier rauszukommen. Das ist schon richtig mies gemacht, so wie es ist. Das geht eigentlich so gar nicht. Also ohne Witz. Das ist ein No-Go von dem Spiel und ist gar nicht lustig. Also man muss hier erstmal einen Weg finden. Also die Steine kommen wildkürlich hier einfach raus. Kann sein, dass man hier jetzt drei Jahre lang unten festhängt und nicht weiß, wie man hochkommt. Es ist ein Raus mit dem Spiel hier. Es ist ein Raus. Wie gesagt, Sprungpassagen machen mich überhaupt komplett fertig hier in dem Spiel. Das ist leider so. Man will natürlich irgendwie trotzdem irgendwas hinkriegen, ich weiß. Aber irgendwie sind halt einige Passagen, ohne zu skippen, richtig übel, nerviger Mist. Dann ist dieser komische Heini noch hier, der mich hier die ganze Zeit abschießt. Ah, nervt das nicht rum, Alter. Da oben ist schon der Ausgang. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, sonst... Lass mich in Ruhe, Alter. Das ist falsch. Oder auch nicht. Nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Bin ich ganz oben angekommen. Ja, geil. Nein! 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 Hass! Hass! Tut mir leid. Da drehe ich am Rad. Muss auch rüber werden, ich weiß. Aber, Alter. Da kriegst du ja richtig Hass. Jetzt kommen hier wieder keine Dinger runter. Ah, jetzt kommen wieder die falschen Blöcke runter, ne? Jetzt geh ich wieder nach unten, oder? Hier kommen einfach keine Blöcke runter. Dann sind wir auch schwindelig mit dem ganzen Kack hier. Hä? Da kommt was wieder. Magger, ey. Ja, tut mir leid. Das ist einfach die Krise bei mir gerade überhaupt. Da krieg ich einfach, wie gesagt, einfach richtig... Tut mir leid, einfach richtig Hass. Da krieg ich einfach meine... Da werde ich halt richtig, richtig kackensauer. Kann ich hier auf dem Stein stehen bleiben? Bleib du so stehen? Ähm, ähm. Oh. Der geht wieder runter. Der komische... ...Tack rumgeflippelt da. An dem Schissen da. Geht mir auch auf den Zeiger. Und er schießt mich wieder an... ... und ich fall runter. Alter! Was soll das? Was ist das für ein mieser Mist? Was ist das bitte für ein mieser Mist? Ich versteh's nicht. Wie gesagt, das darf so nicht sein, Spiel. Ohne Witz. Das geht nicht. Das ist doch Verarschung. Das geht einfach nicht. Das ist auch nicht lustig oder so. Das ist einfach nur scheißen, grotten, kacke. Mehr auch nicht. Wie gesagt, da kriegst du einfach... Dann wirst du einfach vorgeführt hier von so einem Springen zu Kack. Und dann kommen hier noch diese Schüsse an, die nicht noch blocken kurz. Und ich weiß, wie du gleich wieder runterfällst. Ja, hier ist meinig. Ach man, falsche Richtung. Falsche Richtung! Junge! Und dann schießt du hier fleißig immer in der Gegend rum, Alter. Oh, ich krieg's gar nicht hin, ey. Ey, wenn ihr sehen würdet, wie ich hier sitze, Alter. Ich sitze hier wie... Wie voll angestrengt, ey. Ja, leck mich doch. Lass mich in Ruhe mit deinen Scheißschüssen, ey. Hier kommt auch kein Stein mehr. Da kommt wieder einer. Zieh ich da nach unten? Ne. Ist das ein mieses Geschäft? Ich finde, das ist ein richtig, richtig mieses Geschäft. Also nichts Lustiges oder so. Es ist einfach richtig mies. Alles andere. Alle anderen YouTuber sind alles Lügner, ja. Wenn die hier so sitzen und so. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Ha, ha, hi, hi. Hier ist nichts. Ha, 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 hi, hi. Einfach nur harter... Das mach ich damit, ey. Jetzt fall ich mir wieder runter, oder was? Ich komm nicht weiter hoch. Ich komm nicht weiter hoch. Und das nervt so mit den... Oh, ja, toll. Danke. Danke, Spiel. Wenn es müssen... Äh? Ich fall gerade. Nein. Falsche Richtung. Wieder zu wenig Power. Ich komm wieder nicht rüber. Och, Mann. Du, jetzt bin ich wieder ganz unten, oder was? Ach, nö, du. Hä, wieso fahre ich jetzt durch die Dings durch? Hä, wieso fahre ich jetzt durch den Stein durch? Alter. Ich bin ja richtig genutzt hier bei dem Spiel hier. Ich bin ja richtig genutzt. Ey, jetzt komm ich hier nicht weiter, weil ich da nicht hochspringen kann. Und weil dieser Penner hier ganz normal auf mich rumballert hier. Willst du mich verarschen, oder was? Und ich war schon oben, ja? Ich war schon oben. Ich soll mich in Ruhe lassen mit seinem scheiß Rügel-Schieße da. Falsche Richtung, Junge. Ja, lass mich mal in Ruhe. Nein. 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 Ich werde jetzt in der Lücke kleben, Alter. Och, Mann. 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 Ich werde mich gleich umbringen. Also im Spiel. Müsst ihr mit mir durch. Ich komme nicht weiter. Ich kann machen, was ich will. Und das Spiel, das ist doch eine Verarschung. Das ist doch eine Verarschung. Guck mal, jetzt ist hier wieder kein einziger Stein in der Nähe. Soll ich jetzt hier drei Stunden lang diesen Scheiß spielen, oder was? Dieser dumme Kacke, du. Alter Verwalter. Das geht gar nicht. Tut mir leid. Also das ist ein No-Go vom Spiel. Ein No-Go. Guck mal, wo soll ich jetzt hinspringen? Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ne? Ich stehe hier. Irgendwo auf der halben Linksbums hier. Und werde den ganzen Tag von diesem komischen, unsichtbaren Heinen hier abgeschossen. Der mich auch hart nervt. Ja, lädt mich. Ich weiß noch nicht, was hier runter geht und was hier hoch geht. Das weiß ich halt einfach nicht. Ich sehe es halt so schlecht. Oh, ich bin da. Oh, Alter. Wehe. Wehe, Alter. Oh, Alter. Ist das ein Scheiß. Oh, ich habe es geschafft. Juhu, 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 juhu. So, jetzt müsste ich eigentlich meinen Controller zerstören oder weiß ich was. Warte mal. Aber ich habe es dann doch geschafft, ey. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen beruhigen, hoffe ich, ey. Oh, ich bin so fertig gerade. Ich glaube gar nicht, wie anstrengend das gerade war. Das. Ich hate dann auch rum. Tut mir leid. Ist halt so. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, müsst ihr leider hier woanders hingehen. Ich hate extrem rum, weil das mich sowas von abnervt. Und das ist leider so. Da dreh ich am Rad. Das ist ja sowas von mieser Mist, ey. Kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich so. Mies, mies, mies. So, wie spät ist das überhaupt? Jetzt habe ich irgendwie so lange da gebraucht, um da weiterzukommen. Ich müsste auch gleich wahrscheinlich aufhören. Tut mir leid dann. Weil, ja, keine Zeit. So kann ich da jetzt weiter irgendwie irgendwo. Warte mal. Kann ich hier nicht irgendwo hoch? Warte mal. War ich hier schon, ey? Ich werde auch gleich die Aufnahme erstmal wieder beenden, weil das ist ja einfach anstrengend. Was ist das hier? Wo komme ich da jetzt weiter? Äh? Äh? So, ah, ja, ja, ich habe es verstanden. Warte. Ja, 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 gleich. Ich glaube, ich mache es gleich. Ja, warte. Ja, gleich. Warte. Nein, nicht so. Nein, auch nicht so. Oh, Mann. Ich kann das mit dem Springer aber nicht mehr. Nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Okay, das ist mir jetzt auch nichts. Ich komme doch nicht weiter, wa? Ne, da fehlt mir noch was anderes. Da muss ich noch weiter irgendwas machen. Muss ich mich irgendwie hochziehen oder so. Da fehlt auf jeden Fall noch was. Da geht es nicht weiter. Ach, scheiße, Mann. Wieder umsonst dahin gesprungen. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Boah, da komme ich nicht weiter. So, wo soll ich jetzt überhaupt hin? Verdammte. Verdammte. Da komme ich noch irgendwie weiter hoch. Mal gucken. Guck mal, da kann ich auch noch irgendwie hoch. Da komme ich, glaube ich, von hier aus nicht hoch, oder? Ne, komme ich nicht. Ja, dann gehe ich jetzt in den Teleporter. Wie gesagt, ich muss eigentlich mal jetzt mich mal beruhigen und einfach wieder aufhören mit Spielen. Warum? Ja, weil es einfach mega anstrengend ist. Für mein Alter ist es halt mega anstrengend, das Spiel. Ist halt so. Ich werde so lange spielen, bis gleiches gleich klingelt und eine Tür noch höre ich auf. So sieht es nämlich aus. Puh, die noch aus. Puh, die noch aus. Da ist eine Tür aufgegangen. Dann gehen wir da nochmal kurz hin. So, da geht es irgendwie irgendwo hin, da. Und hier jetzt. So, okay. Wir sind jetzt hier ganz, ganz oben. Aber ich muss noch kurz die Tür erkunden, was da drin ist, und dann hören wir auch gleich auf. Wie gesagt, das ist halt ab und zu richtig ein richtig mieses Geschäft hier. Ich habe ihn zwar erwischt, aber was für ein dummer Move. Ich habe mich verklickt. Ich bin jetzt hoch, ne? Leck mich. Leck mich. Ich werde es mal kurz erkunden hier. Ja, ich bin komplett genervt gerade vom Spiel. Oh. Was war das für einer? Oh. Was ist das für welche? Kurz lesen. Könnt ihr selber durchlesen hier. Der große König Darius. Äh. Sehr an meinem Lesen. Ist mir jetzt einfach zu viel hier. Also, ja, ist eigentlich nicht so viel gerade, aber... Ja, nervt mich gerade. Wenn ich die nur erwischen, wenn ich die weg bin. Aha. Alter, ist der nicht mal weg. Ja, scheinbar nicht. Und da soll ich raufkommen? Moment mal. So, da komme ich so gar nicht hin. Okay. Jetzt bin ich hier wieder irgendwo hingelaufen, wo ich nicht weiterkomme, oder was? Ey, lass mich mal in Ruhe hier. Ne, hier kann ich anspringen. Okay. Gut, gut, gut. Warte, ich muss mal eben richtig timen. Oh, die beiden blöden Penner da nerven mir ab. Nervt mich nicht ab, sag ich. Oh, Junge, was ist das hier wieder für ein scheiß Rätsel? Und dann rumgespringen und so. Nö, ey. Ja, ich will das jetzt eigentlich gar nicht spielen mit dem Rätsel hier. Das ist schon wieder rumgespringen. Das nefft mich schon wieder ab. Da hab ich eigentlich gar kein Bock drauf. Mal, ich geh mal eben kurz den Weg weiter hier. Weiter nach hier. Zeig mir hier ja nicht so nach oben. Ja. Okay, so nicht. So nicht. So nicht. Alter. Alter. Jetzt ist das denn wieder für ne Scheiße. Ich bin schon wieder richtig, richtig mad. Also richtig. Nur ein bisschen. Richtig. Boah, hab ich genervt. Oh, hab ich genervt. Mann, die sollen aufhören mit dem Scheiß. Ja, schießt mich mal wieder runter. Wenn ich wieder irgendwo hier wieder neu anfangen darf. Oh, hier ist ne Kiste. Oh. Ah, jetzt ist die Amulette freigeschaltet. Äh, Leerklinge. Leere Klinge. Schicke eine Energiewelle mit leichten Schaden in Angriffsrichtung. Nach Zeit ohne Angriff erneutung zu machen. Keine Ahnung. Ist doch egal. Da ist oben. Baum ist da oben. Boom ist da oben. Boom. Boom. Ja, ich hab mal einen Speicherpunkt. Oh, endlich. Ich bin hier schon so lange. Alleine. Wartend. So viele seltsame Klänge. Ja, ich hab ein neues Amulett, super. Aber da kann ich nichts einsetzen gerade. Äh. Geht's jetzt lang? Da auf jeden Fall nicht. Gleich hohe mal da rüber zu kommen irgendwie. Da geht's wahrscheinlich noch weiter, ja. Ja. Riese Viecher hier, ey. Muss ich hier sowieso lang eigentlich zu... Weiß ich gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Hä? Ja, also bei einigen Sachen komme ich anscheinend noch nicht weiter. Sondern ist anscheinend nur wie in der Kiste oben hochgegangen, oder? Da nach rechts, da links ist auch noch was. Da kann ich noch mal gucken gehen hier. Au. Wir haben dich aufgenommen und zu einem Unsterblichen gemacht. Varam sah viel in dir. Du hast dich gegen uns gewandt. Varam treibt einen Keil zwischen uns. Auf gewisse Weise hast du Persien einen Gefallen getan. Was soll das heißen? Hungersnot? Dürre? Unruhe unter Satrapien? Verlust persischer Soldaten? Die Blutlinie von Königin Tomyres ist unfähig zu herrschen. Das Volk verdient Besseres. Das Volk verdient jemanden wie Varam. Nur der Weiße Löwe kann den Stolz Persiens wiederherstellen. Kehre zurück zur Vernunft. Würde und Bestimmung, Sargon. Menolias, warte! Wurde alle aufgehetzt gegen mich. Ah, der Weg versperrt. Ich glaube, ich bin auch wieder hier, wo ich ja nicht sein soll eigentlich. Naja, wie immer. Hä? Kannst auch nicht weiter. Von unten wahrscheinlich, wa? Na toll. Alter. Nein. Nein! Bitte nicht schon wieder so eine Scheiße. Boah, Junge, 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 Junge. Da dreh ich wieder frei, Alter. Was sind das für scheiß Dinger hier? Ja! Was soll ich so... Wie... Wie... Wut... 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 Wie soll ich das denn machen? Nein! Penner! Boah. Alter. Nein! Nein! Ich fange mir her zu heulen. Ich fange mir her zu heulen. Ich mache das Spiel einfach aus. Ich mache das Spiel einfach gleich aus. Ich mache das Spiel einfach aus hier. Feierabend. Feierabend mit dem Kack hier. Wie soll ich denn da rüberkommen? Oh, ja. Okay. Äh. Genug umgeheult, oder? Ja, ich weiß. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Es geht nicht weg. Nein! Lass mich in Ruhe. Alter! Ah! Ah! Ich... W... Bäh! Näh! Ey! Nee! Ich will das so nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht spielen mehr. Ich will das nicht mehr spielen. Es ist einfach ein Graus, Alter. Alter! Was? Was? Ich will das nicht. Oh, komm! Nee, nee. Ich höre jetzt auf. Tut mir leid, Leute. Das ist... Ich kriege eine Krise. Tut mir leid. Ich kriege einen richtigen Kram hier gerade. Also richtig. Also ich fange an zu heulen, ey. Boah, ist das ätzend. Oh, ho, ho, ho. Ist das ätzend. Ich meine, da gibt es bestimmt was Schönes. Aber wie kann man sich so eine Scheiße einfallen lassen, ey? Es ist einfach nur nervig. Rumgespringe vom Feinsten, aber richtig ätzend. Nee. 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 Nee, nee, nee. Ich will beim nächsten Speicherpunkt wieder anfangen. Wie geht das? Nee, wie gesagt, das ist jetzt vorbei. So, ich höre jetzt auf. Tut mir leid, dass da gehe ich... Das geht gar nicht. Also das geht ja gar nicht. Also da fühlen wir nicht im Kopf. Jetzt muss ich hier gleich wieder da wieder starten. Wie gesagt, sorry für diese schlechte Aufnahme, aber das geht absolut nicht. Das ist absolut ein No-Go. Wie gesagt, ich muss hier überall noch irgendwie hin und so. Ja, wird sie zeigen. Wir sehen jetzt gerade hier die Himmelswächter, aber das ist ja ein Graus. So, wir sehen uns im nächsten Wind wieder. So, ich bin raus. Tschüss.